E. Klubik, Spende! Stehen geblieben! Alter, ist das Mike? Komm schon, lass mich in Ruhe, es tut mir leid, ja? Mach dir gleich Bene! Bitte, nein! Jetzt reicht es! Feierabend! Das ist der Führer, du hast dich wei auskriegen, das ist der Führer, du weißt, dich in der Wand. Ich spür euch, wach meine Gantt. Mach mal Platz da vorne. Lauf, schmeckt davon, nicht. Boom. Boom. Alter, was ist denn da los? Schöner Tag heute, was? Sehr schön. Hast du Bock? Na klar. Abtauchen? Abtauchen. Ey, ihr da unten, verpisst euch. Das ist hier nicht so, Arme. Na, sag mal. Ganz ruhig, wir können das alles wie Gentleman klären. Was, Gentleman? Du hast versucht, mir die Freundin auszuspannen. Ich pick dir ins Auge ein. Aber hier, was fällt Ihnen ein? Hey, friss mal verkümmerten Flügel! Ich hab morgen Geburtstag! Buuuuh! Auf die Plätze, fertig, los! Los Leute, beeilt euch, nicht tummeln! Die letzten beißen die Hunde! Komm her, alter Fleischberg, lass dich umarmen! Is irgendwas? Alter, das war jetzt aber kein normaler Schiss! Okay, wer bist du und was machst du auf unserer Weide? Los, antworte! Quatsch du mich von der Seite an? Verpiss dich! Oh, um Gottes Willen! Was ist denn eigentlich dein Problem? Hau ab, du fette Milchkuh! Alles gut, schuldige! Oh nein, ich glaube, ich hab vergessen, wie man fliegt! Oh, wir auch! Also langsam werde ich auch senil! Wo ist denn meine Brille? Was? Das war das Felsmassiv im Hintergrund! So Steven, heute schaffen wir den doppelten Looping! Los, schnell! Gib mal ein bisschen Gas, gleich nochmal! Schnell! Los, 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 los! Du wirst aufhören, Lukas! Aufhören! Oh, da bekommt man ja Heißunger bei dem Anblick! Bleib stehen, Baby! Dann kann ich dich vernaschen! Komm schon! Wer ist dein Daddy? Lass mich in Ruhe, du Perversling! Hast du schon mal so'n Geweih gesehen, Baby? Oh, ich krieg' nen Herzinfarkt tot! Scheiße, ich muss nen Krankenwagen rufen! Geht schon wieder, alles gut! Na Leute, was habt ihr da Schönes? Darf ich vielleicht mal nen Blick riskieren, ne? Was ist denn last für einer? Hey! Ruhig bleiben, alles gut, kein Beinbruch! Oh, das sieht ja wirklich wieder hervorragend aus! Sag mal, was soll'n das? Mann, 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 ihr Haustiere, ihr wisst echt was Gutes, ne? Hä? 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 Du, ähm... sag mal Gabi... Hm? Gabi, hörste zu? Ja? Du, ich hab nochmal über uns beide nachgedacht und... äh, ich finde, wir sollten's vielleicht noch mal miteinander versuchen! ARRRRRRRRGHHGGH! Hey, alles gut, ein einfaches Nein hätt's auch getan! Das war's für heute.